Okay Das freut mich mal, da ist noch was Bestätigt, Eindringling auf dem Gelände, an alle Einheiten, Ziel angreifen Okay, geht das in Wasser? Schade, sehen wir nicht Wir haben verstanden, Feind ist in einem Helikopter So, ich glaube, wir haben hier nichts mehr, oder? Feindlicher Flieger entdeckt Gut, ich würde sagen, die Base haben wir aufgeräumt Dann dürfen wir jetzt weitergehen Und ich glaube, diese Kräne kriegt man hier nicht weg, ne? Oh, doch Oh, krass Gut, wir haben's geschafft Base ist clean Ja, nicht mehr lange Keine Angst So Ja, das ist natürlich schlecht gelaufen Alter, willst du mich verarschen? So, hier sind nur IBCs, da ist nur Wasser drin Hallo Hallo Es hängen Können wir nicht nehmen Läuft doch Da war wieder IBC Okay Okay Alter Der Tank Wie geil Alter, was für eine Schockwelle Äh, bitte was? Die sollten hier schnell weg So So, das muss ich mir nicht gefallen lassen Ja, wir räumen hier schön auf. Ist tot. Oh. Ähm. Sehr gut. Sie sind in Autos und an Motorrädern. Die Zünder sind aktiviert, Rico. Kümmere dich um so viele Fahrzeuge wie möglich. Sonst geht es hier nicht gut aus. Ich versenke sie in der Bucht. Das sollte die Schäden begrenzen. Ah, die Geschichte. Das ist wieder das Spiel. Ach du Heiliger. Da war ich ja nicht so gut drin. So, the next try. Oh, das wird eng werden. So ganz werden wir das nie schaffen. Hm. Glaube ich nicht. Noch eine Bombe. Schafft das Ding ins Wasser. Zentrale hier. Finde den Gegner. So. So. The next try. Äh, bitte was? In drei Minuten. In drei Minuten. Zehntausend Dinger. Ach, zehn soll ich machen. Ah, okay. Alles gut. Zehn Stück. Ich seh schon. Gefällt mir das Ding. Tja. So. The next try. Zentrale. Zentrale. Das Tier sitzt in einem Landfahrzeug. Ja, muss ja auch nicht. So. Nächster Auto. So. Ja, ihr müsst mich nicht erschießen. Ihr werdet in die Luft gesprengt. Merkt ihr das gar nicht? Man muss schon sagen, die allerhellsten sind es nicht. Ah, das Motorrad. Abfahrt. So. Ist auch weg. So. Den nimmt man natürlich auch gleich weg. Steigen die aus dem Fahrzeug. Ist klar, als wenn ich dann aussteige. Ähm. Hallo? So. Zeitlich sollten wir das hinbekommen. Schade um das schöne Auto. Hallo. Gegner befindet sich in einem Landfahrzeug. Ja. Eine Minute bis zur Detonation. Ja, aber das kriegen wir hin. Okay. Ich muss gestehen, das Motorrad war nicht die klügste Wahl. Denn die Steuerung ist eine Katastrophe. Lass mich durch. Komm. Wir nehmen was anderes. Mann, Mann, Mann. Wir haben keine Zeit dafür. Das wird ganz knapp nicht reichen. Zehn Sekunden. Zentrale. Das Ziel sitzt in einem Landfahrzeug. Das wird ganz leicht nicht reichen. Nein. Wir müssen es wiederholen. Wie dumm ist das denn bitte? Ah. Es sah so gut aus. Es war so gut. Wir haben Eindringling auf dem Gelände. Wir stellen die Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Na gut. Auch ein neues. Sehst du mich verarschen? Und das ist mir boyschein ist. Oh Gott. Achso. okay wir haben eine ganze was auch immer das jetzt war warum haben wir sieben von zehn man warum stellt er sich manchmal ein bisschen dämlich an also manchmal stellt er sich an hallo rein mal toll weil sowas vergiss ist das wird wieder nichts das wird wieder nichts in diesem motorrad wir können sie nicht schaffen wir können sie nicht schaffen es sind noch zwei ich weiß nicht warum es sind auf einmal zwei ganz toll na gut wir versuchen es einfach noch mal man lasst mich durch ich hasse motorräder hier ne kannst du nicht steuern einfach unmöglich toll hey hat sich richtig gelohnt komm her scheiß drauf kackt die wand an sorry aber das regt mich gerade auf bleibt und diese dämlichen wand hängen und so ja jetzt fällt natürlich alles über mir zusammen ähm was hallo leck mich wirklich so da haben wir hier noch einen man muss ja schon sagen am anfang hat man echt gedacht so ja es ist alles hin alles easy peasy und jetzt sieht man dass es dann doch ein bisschen schwieriger ist als man anfangs gedacht hat ja mach mal ruhig musik copyright claim ist sicher doch doch copyright ist super wie krieg die scheiße aus ich hab keine ahnung copyright ist super nur noch eins rico oh gott ich bin mir sicher riko ist zu doof dazu mann am ende schwieriger als nötig das hätte ich mir leichter machen können wenn ich gleich jetzt wir sind gebündelten gegangen ich finde dass man die basen mittlerweile echt einfach einnehmen kann ja wir verschieben mal die fronten das ist natürlich krass und jetzt sollten wir das machen dann haben wir hier ich finde es halt doof dass ich nicht noch mehr rauszoomen kann warum kann ich nicht ganz weit weg zoomen in der karte ja wir machen das und dann haben wir da eigentlich eine ganz gute distanz ähm das ist optimal und dafür machen wir den kampfjet ist richtig die frage ist wohin mit dem jet und so so Entschuldigung.